Ernie Mangold ist eine österreichische Schauspielerin und Regisseurin. Leben Ernie Mangold entstammt einer Künstlerfamilie. Der Vater, Schuldirektor im Brotberuf, war Maler. Die Mutter, die der Familie zuliebe auf eine mögliche Karriere als Konzertpianistin verzichtet hatte, gab ihr vom vierten bis zum vierzehnten Lebensjahr Klavierunterricht. Nach ihrer Ausbildung an der Schauspielschule Krauss war Ernie Mangold von 1946 bis 1956 am Wiener Theater in der Josefstadt engagiert. Von 1955 bis 1963 unter Gustav Gründgens am Deutschen Schauspielhaus in Hamburg, danach am Düsseldorfer Schauspielhaus unter Karl-Heinz Struh. Nach verschiedenen Engagements in Wien und Deutschland war sie 1972 am Salzburger Mozarteum tätig. Anschließend unterrichtete sie in der Theaterschule Helmut Krauss und am Reinhardt-Seminar und war von 1984 bis 1995 Professorin an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Wien. Ernie Mangold ist in über 60 Filmen und über 20 TV-Produktionen zu sehen. Am bekanntesten war ihre Rolle als Geliebte des Seers in dem Film Hannussen von O. W. Fischer. Sie wirkte auch in drei Folgen der Krimiserie Kottern ermittelt und in einigen Tatort-Episoden mit. Im Jänner 2017 gab sie bekannt mit der Produktion Harold und Mott an den Wiener Kammerspielen ihren Abschied von der Bühne nehmen zu wollen, im Dezember 2017 fand die letzte Vorstellung statt. Von 1958 bis 1978 war sie mit dem Schauspieler Heinz Reinke verheiratet. Sie lebt heute in St. Leonhardt am Hornerwald. Auszeichnungen und Titel 1971, Kainz-Medaille 2000, Kammerschauspielerin 2004-2005, Karlskraub-Preis 2005, Nestreu-Theaterpreis in der Kategorie Beste Nebenrolle 2006, Goldenes Ehrenzeichen für Verdienste um das Land Wien 2009, Großes Goldenes Ehrenzeichen für Verdienste um das Bundesland Niederösterreich 2012, Österreichisches Ehrenkreuz für Wissenschaft und Kunst 2014, Johannes Treuring der Stadt Bad Isch 2015, Österreichischer Filmpreis für die Beste Schauspielerin 2016, Großer Schauspielpreis 2016 im Rahmen der Diagonale 2017, Goldener Rathausmann.